und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge live in der woods ja in der letzten folge haben wir schon festgestellt das ding hier funktioniert doch noch nicht so ganz wie es soll denn das salz muss ja abgepumpt werden sonst passiert das dann hüpft der pot raus und die spawnen im schlimmsten fall auch noch wenn wir es nicht schnell genug mitbekommen deswegen rüste ich mich mal aus mit ein paar beziehungsweise mit einem hopper und ein paar hopper takt denn wir müssen das salz daraus befördern ich kenne mich selber nicht so ganz aus so ein hopper takt keine hopper wie viel eisen haben wir das hält sich auch dezent in grenzen und eine kiste fürchte wir müssen noch mal wieder runter ein bisschen in die mine was ist denn jetzt los mit meiner stimme ja ich fürchte wir müssen mal wieder ein bisschen runter in die mine und eisen organisieren irgendwie mag man halt gerade nicht so ganz verzeihung okay das hier müssen wir das lösen und zwar muss der hierhin das wiederum bedeutet so dann saugen wir hier erstmal alles ab und hier müssen wir dann den pot wieder absaugen der wird dann hier mit rein geschleucht und kommt dann wieder da hoch okay sehr gut das ganze kommt irgendwann zum blockieren das ist richtig da gebe ich euch vollkommen recht packen wir jetzt erstmal die kiste hin oder so das ganze wird irgendwann blockieren keine frage aber wenn es blockiert hängt einfach in den hoppern fest und fliegt nicht irgendwo raus das ist der vorteil so und hier hatte ich mir noch überlegt ein schalter einzubauen mit dem man das ganze ding stoppen kann wenn es wirklich mal voll sein sollte ich habe das jetzt mal alles hier rein wenn es wirklich mal voll sein sollte dass wir einfach einen schalter betätigen können und dann irgendwas passiert das ist schlecht das sieht man dann von draußen könnte hier übrigens einfach mal das ist ein bisschen besser aussieht so machen am besten wäre irgendwie vielleicht ein piston oder ähnliches ja theoretisch auch einfach nach oben fahren kann genau der den block hoch oder runter zieht war zu spontan mein gedanke das heißt wir organisieren uns mal eben ein piston ohne einen hebel den setzen muss man auch kurz zusammen sagt ein hebel und dann vielleicht einfach nur dass wir es haben den man hier rein und wieder rausnehmen damit er gespeichert ist wo er gelagert werden soll wenn wir mal ein paar haben und dann wissen wir es ist ein falscher pisten ich brauche ein sticky pisten ich brauche ein sticky pisten vielleicht noch haben wir noch den einen haben wir nicht haben wir noch normalen stein einen ach hier habe ich die pricks stone bricks 41 die nehmen wir mal kurz alle mit das schritte dann werden wir eher weniger benötigen und dann können wir um nämlich noch kurz ein bisschen das vernünftig bauen ja hier sollte ja ein licht ein das werden auch gleich mal machen wir werden in dieser folge einfach so ein bisschen die übrigen offenen baustellen noch fertig machen der muss dann quasi dahin genau und dann würde ich nämlich was haben wir drüber überhaupt das steht noch nicht so ganz fest würde ich hier den hebel hin machen an aus perfekt sprich wenn wir den jetzt hochfahren kommt hier ist die knall zwar durch der einmal wird aber nicht befüllt sondern er wird erst wieder befüllt wenn wir hier wirklich den block runterfahren ok perfekt das sieht doch schon mal ganz gut aus so machen wir jetzt einfach nochmal hoch ist ja egal das lassen wir einfach so als kleinen aufstieg kann ich diese schaltung hier irgendwie noch ein bisschen komprimieren ich glaube nicht ich glaube nicht die ist schon sehr komprimiert aber das passt soweit eigentlich erstmal alles dann können wir uns jetzt noch kurz hier um die küchenlampe und zwar machen wir dann eigentlich dasselbe prinzip wie hier unten auch würde ich vorschlagen ich packe mal eben die steine hier rein zack äh wir benötigen ein äh wir benötigen ein carbon block den haben wir hier ein spruce wood und ein glowstone den wir uns aber noch zurecht schüsseln den hätte ich gerne so dann können wir unseren schüssel auch wieder weg packen und die lampe einbauen dann haben wir das nämlich auch ein thema hinter uns und dieses blöde loch hier ist gefüllt mit dem ich immer wieder nichts anfangen kann zack wunderbar wie sieht es aus na es ist nicht ausreichend ausgeleuchtet wie wärs denn wenn wir das hier machen haben wir hier immer noch ein bisschen defizitiger wieso kann denn hier überhaupt was planks sind wie wärs denn wenn wir hier einfach slabs einziehen an den entsprechenden stellen dann spawnt da nämlich auch nichts mehr hier und hier dann leihen wir uns mal ganz eben die werkbank perfekt ja hier hört man halt immer das klicken um aber das ist denke ich jetzt mal nicht allzu störend und ja dann haben wir trotzdem licht es kann aber nichts mehr spawnen in den dunklen ecken und es steht vor allem keine fackel auf dem boden perfekt das ist ja immer so ein bisschen weiß ich nicht das nervt mich immer wenn die fackeln am boden rumstehen gerade im haus im garten ist es vielleicht noch mal was anderes gerade wenn es äh irgendwie zwischen blumen und gras oder sonst was versteckt hier habe ich gar nicht mehr zugemacht na mensch das lässt sich ändern gut was haben wir noch einen kleinen offenen baustellen ich würde gern mal diese fette maschine hier drüben umstellen hier kommt den keller das heißt wir reißen hier mal alles ab zumal wir eigentlich eh nichts mehr brauchen was uns die netherbricks herstellt also vorerst zumindest hier hinten kommt ja der braubereich hin deswegen stelle ich hier schon mal eine kiste hin mit dem zeug für die brauzutaten da haben wir noch eine water bottle die biene packe ich erstmal irgendwo bei der küche hin da sind sie zum zeug da ist aber auch noch da ist auch noch nicht einsortiertes zeug okay ich schmeiße nicht den bogen die biene bitte hier erstmal rein diese noch ist ja noch alle leer okay hier habe ich alles kaltaubertakt liegen lassen okay ich weiß jetzt nicht ob wir diese maschine wirklich einfach schon wieder hier so eins zu eins aufbauen oder nicht ich glaube auch wir werden diese kisten nochmal verschieben werden wir sie verschieben ich bin gerade am überlegen ob wir hier nicht einfach die kisten für unsere schmelzen hinpacken beziehungsweise eine kiste dann für reste ihr habt das ja auch auf dieser multiplayer welt und in der anderen in der ersten welt die ich also die die erste welt von mir habt das ja gesehen so dieses schmelz und sortiersystem und so weiter was ich hier auch noch integrieren möchte die hier unten ist leer die kammer weg die nehmen jetzt einfach auch mal kurz mit so den ganzen unnützen kram schiebe ich mal darüber ok das sollte es gewesen sein das buch können wir auch erstmal da lassen zwei lava hier ist auch noch was hier ist auch noch was die frage ist auch so ein bisschen wie wir das ganze machen ob wir nicht einfach nur gut da kommt dann so das ganze laserapparatur zeug hin von bildkraft ich würde hier vielleicht wirklich dann schon gerne den großen oben hin packen und hier den kleinen das wiederum bedeutet dass die fackel weg muss aber auch wenn ich hier den ofen stehen habe bedeutet das im klartext dass es funktionieren könnte wenn wir hier die kiste für die kleine schmelzen ich habe die kisten hat gerne nebeneinander vielleicht kriegen wir das auch noch ein bisschen anders gelöst wenn wir die tür einfach versetzen das ist die nether bricks ja sind die nether bricks ok zum beispiel ich habe auch das bett hier mal hingestellt so provisorisch das packen wir vielleicht mal dahin wenn wir zum beispiel sagen na gut wir lassen hier noch einen abstand und dann machen wir hier die tür rein wo es dann durchgehen wird dann können wir hier nämlich zu machen dann hätten wir hier ein zwei drei plätze nebeneinander gut wobei erste könnte man vielleicht auch dann da hoch kommen lassen oder so das sehen wir dann ok das heißt ausgang für die kleine schmelze beziehungsweise eingang wäre dann meinetwegen vielleicht hier hier dann für die große schmelze das bedeutet wir hauen den hier weg und hauen den hier weg und ich mache jetzt schon mal so ein paar kleine vorbereitungen dafür der ofen würde hier stehen ja der ofen würde hier stehen hier kommt das zeug dann direkt rüber hier hätten wir dann den zugang für die große schmelze könnte man darunter verlegen und dann darüber ah nee kann man nicht kann man nicht kann man nicht die große schmelze muss ich nämlich komplett mit hoppern betreiben das heißt es wäre vielleicht gar nicht so ok pass auf das machen wir anders wir machen hier große schmelze und wir machen hier einfach so kleine schmelze wie wärs denn damit machen wir hier zu beziehungsweise damit es in bezug auf die tür symmetrisch ist und was so und dann muss der hier weg dann käme die kleine schmelze quasi dorthin genau dann sagen wir hier ab gehen oben direkt rein nein gehen wir nicht gehen wir gehen wir nicht gehen wir nicht gehen wir nicht außer wir machen es hier einfach auch direkt mit hoppern und hopperdakt das würde natürlich gehen ok perfekt das bedeutet wir brauchen eine menge hopperdakt das wiederum bedeutet wir brauchen eine menge eisen die wir gerade aktuell noch nicht haben das bedeutet wir müssen die dinge runter gehen in die mine ähm wie genau so dankeschön was wollte ich jetzt gucken ich wollte was wollte ich denn jetzt noch achja ein clipboard papier eine pressure plate feder und ein inksec in die feder so irgendwie ja ok feder inksec papier und eine holzdruck platte ok wir haben wir gut so dann machen wir uns nämlich mal eben fix ein clip ach so die fehler die fehler fehlt so das hängen wir uns dann mal dahin da haben wir jetzt nämlich eine wunderbare to-do liste auf die jetzt mal folgendes kommen kleine schmelze 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 ok nein schmelze schmelze große schmelze dann brauchen wir dafür dafür heißen na heute habe ich es aber und was brauchen wir dafür noch eigentlich nichts doch dafür brauchen wir auch Pipes ich weiß nicht haben wir haben wir Glas Glas wie viel Glas haben wir wir brauchen dafür auch Glas ok wir brauchen dafür ups auch noch Glas redstone das haben wir dann alles die öfen sind dann auch klar genau aber das ist erstmal so grob das zeug was wir dann dafür brauchen wo haben wir denn unseren der steht hier irgendwo der steht hier perfekt perfekt ja das ist eigentlich ganz gut ich markiere mir das mal ganz kurz hier so zack dass ich dann weiß dass wir da rein müssen denn wir werden eine pipe entlang unten legen die dann diesem dingens das zeug aus den öfen zu führt dass es hier automatisch einsortiert wird ok das soll es dann aber von dieser folge auch schon gewesen sein das waren jetzt so ein paar vorbereitungen für unseren technik raum und in der nächsten folge werden wir entweder in die mine gehen ich weiß noch nicht ob ich das in der folge pack oder dann uns schon direkt unserem technik raum hier widmen ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten folge bis dahin haltet jörn steif